Je m'appelle Guillaume Géme, j'ai 25 ans. Ich heiße Guillaume Géme, ich bin 25 Jahre alt. So beginnt in einer Ausgabe der Zeitschrift Nouvelle Observateur vom Januar 1972 das erste derartige Coming-out eines Homosexuellen in der französischen Medienöffentlichkeit. Im Anschluss an diese Eingangsworte erzählt der 1946 geborene Guillaume Géme seine bisherige Biografie, wie er als Jugendlicher fast zur gleichen Zeit zum einen im kommunistischen Milieu politisiert wurde und zum anderen seine Homosexualität entdeckte und auszuleben begann. Und vor allem erzählte er, wie diese beiden so zentralen Aspekte seines Lebens sich gänzlich auszuschließen schienen. Ich verurteilte mich dafür, ein schizophrenes Leben zu führen. Auf der einen Seite das aktivistische Leben, die Revolution. Auf der anderen das Gefühlsleben, die Homosexualität. Und eine permanente panische Angst. Die Vorstellung, dass diese beiden unversöhnlichen Welten aufeinandertreffen. Ein Aktivist, ein Revolutionär zu sein, das war meine Art, normal zu sein. Gleichzeitig aber war ich gezwungen, meine Homosexualität zu leugnen. Ein Doppelleben, das Guillaume Géme wie viele andere homosexuelle Aktivistinnen und Aktivisten nicht länger führen wollte. Es sollte Schluss sein mit dem Versteckspiel. Wenn Politik und Leben sich nicht miteinander vereinbaren lassen, dann ist etwas falsch an der Politik. Da muss sich die Politik verändern. Und so schließt sein Coming Out mit der Aufforderung, unser Begehren zu entdecken, es offen zu legen. Unser Begehren, dass wir sonst immer gezwungen sind zu verstecken. Denn niemand kann es an unserer Stelle tun. Guillaume Géme ist zu diesem Zeitpunkt bereits eine der prägenden Figuren der französischen homosexuellen Bewegung. In einem vornehmen Vorort von Paris geboren und aufgewachsen, besuchte er einige der renommiertesten Schulen Frankreichs und studierte schließlich von 1966 bis 1969 Philosophie an der Elite-Hochschule École Normale Supérieure. Durch den Algerienkrieg und als Mitglied diverser kommunistischer Gruppierungen politisch sozialisiert, beteiligte er sich als 21-Jähriger aktiv, das heißt vor allem schreibend, an den Unruhen des Mai 68 in Paris. Auch nach dem Scheitern von 68 setzte er sein politisches Engagement fort. Im Jahr 1971 schließlich, Auchin Gemm hatte sein Philosophiestudium inzwischen abgeschlossen und lehrte an der Reformuniversität von Vincennes, schloss er sich einer neu gegründeten radikalen homosexuellen Organisation an, die aus Teilen der Frauenbewegung und der bürgerlichen homophilen Bewegung hervorgegangen war, dem Front Homosexuelle d'Action Revolutionaire, kurz FA. Hier fand Auchin Gemm endlich eine Form der Politik, in der er sein Begehren nicht verleugnen musste, im Gegenteil. Hier stand das Begehren im Zentrum der politischen Praxis. Durch sein Coming Out wurde Auchin Gemm zu einer Ikone des FA und der gesamten französischen homosexuellen Bewegung. Bekanntheit über Frankreich hinaus erlangte er dann durch ein Buch, das ein halbes Jahr später erschien. Es trägt den Titel Le Désir Homosexuell, das homosexuelle Begehren, und ist ein fulminanter, ein bahnbrechender Text, einer der ersten Beiträge überhaupt zu einer schwulen Theorie. Schon 1974, etwa anderthalb Jahre nach der französischen Erstveröffentlichung, erschien der Text auf Deutsch und sorgte auch in der hiesigen homosexuellen Bewegung für Furore. Doch die Zeit verging. Das Buch war lange vergriffen und geriet, jedenfalls in Deutschland, fast völlig in Vergessenheit. Ende 2019 ist das homosexuelle Begehren nun in neuer Übersetzung und mit einem ausführlichen Nachwort als Flugschrift in der Edition Nautilus wiederveröffentlicht worden. Wir, die Herausgeber und Übersetzer der Neuausgabe, wollen das Werk und seinen Autor hier in der kommenden halben Stunde vorstellen. Und wir hoffen, in dieser halben Stunde einen ersten Eindruck davon geben zu können, warum dieses Buch auch fast 50 Jahre nach seinem Erscheinen brisant und hochaktuell ist. Wir wollen zu diesem Zweck vor allem Ock und Gems' Text selbst in längeren Zitaten zu Ohren bringen, wohlwissend, und das sei hier gewissermaßen als Warnung vorweggeschickt, dass Ock und Gems' von psychoanalytischen und marxistischen Termini gespickte Sprache und seine oftmals spekulative, assoziative Argumentation ein unmittelbares Verständnis nicht leicht machen. Unsere Darstellung orientiert sich grob am Aufbau des Buches. Beginnen wollen wir ganz vorn mit dem Einstieg ins Buch mit den ersten Seiten der Einleitung. Nicht das homosexuelle Begehren ist problematisch, sondern die Angst vor der Homosexualität. Es gilt zu erklären, warum das bloße Wort bereits Fluchtbewegungen und Hassgefühle auslöst. Fragen wir uns also, wie man in der heterosexuellen Welt über die Homosexualität zu reden und zu fantasieren pflegt. Wir nehmen hier das zum Ausgangspunkt, was man gemeinhin männliche Homosexualität nennt. Nicht, dass die Unterscheidung der Geschlechter selbstverständlich wäre, sie soll hier letztlich selbst in Frage gestellt werden. Doch die Organisation des Begehrens, der wir unterliegen, beruht auf der Herrschaft des Mannes und so bezeichnet man mit dem Terminus Homosexualität vor allem die ödipal-imaginäre Konstruktion der männlichen Homosexualität. Es wäre sinnlos, die weibliche Homosexualität erneut in jenen Begriffen zu behandeln, in denen die männliche Ideologie es für gewöhnlich tut. Homosexuelles Begehren. Dieser Begriff ist nicht selbstverständlich. Es gibt keine Unterscheidung des Begehrens in Homosexualität und Heterosexualität. In strengem Sinne gibt es nicht mehr homosexuelles Begehren, als es heterosexuelles Begehren gibt. Das Begehren tritt in vielfältiger Form hervor, deren einzelne Bestandteile a posteriori trennbar sind, entsprechend den Behandlungen, denen wir es unterziehen. Wie das heterosexuelle Begehren ist auch das homosexuelle Begehren eine willkürliche Unterteilung innerhalb eines ununterbrochenen und vieldeutigen Stromes. Die Charakterisierung des Begehrens als ausschließlich homosexuell ist in ihrer derzeitigen Form ein Trugbild des Imaginären. Da jedoch das Spiel der Bilder in der Homosexualität am deutlichsten zum Vorschein kommt, kann man die Arbeit der Dekonstruktion dieser Bilder hier an ihrem empfindlichsten Punkt beginnen. Homosexualität bringt etwas vom Begehren zum Ausdruck, das sonst verborgen bleibt. Und dieses Etwas ist keineswegs bloß der mit einer Person gleichen Geschlechts vollzogene Geschlechtsakt. Die Homosexualität sucht die normale Welt heim. In ihrem unaufhörlichen Kampf gegen die Homosexualität stellt die Gesellschaft stets von Neuem fest, dass ihre Verurteilung eben jene Plage, die loszuwerden sie beabsichtigt, selbst reproduziert. Und dies nicht ohne Grund. Die kapitalistische Gesellschaft erzeugt den Homosexuellen, wie sie den Proletarier produziert, wodurch sie ständig ihre eigenen Schranken hervorbringt. Niemand wird jemals die Vieldeutigkeit des Begehrens beseitigen. Was aber erzeugt wird, ist jene psychopolizeiliche Kategorie der Homosexualität, jene abstrakte Unterteilung des Begehrens, die auch noch über den zu bestimmen erlaubt, der sich ihr entzieht, jene gesetzliche Erfassung dessen, was jenseits des Gesetzes ist. Die Kategorie und sogar das Wort selbst sind eine relativ neue Erfindung. Der wachsende Imperialismus einer Gesellschaft, die auch dem Nicht-Klassifizierbaren einen gesellschaftlichen Status zuweisen will, hat diese Partikularisierung des Ungleichgewichts geschaffen. Bis zum Ende des 18. Jahrhunderts wurden die Gottesleugner, diejenigen, die nicht sprechen konnten, und die sogenannten Sodomiten in ein und dasselbe Gefängnis geworfen. So wie das Aufkommen der Psychiatrie und des Irrenhauses bezeugt, welche Fähigkeit die Gesellschaft bei der Erfindung spezifischer Mittel zur Klassifizierung des Nicht-Klassifizierbaren entwickelt, so erschafft das moderne Denken eine neue Krankheit, die Homosexualität. Damit kennzeichnete sie das, was am Rande steht, doch indem sie das tat, rückte sie es ins Zentrum. Schon hier in der Einleitung findet sich eine der zentralen Thesen Ockern-Gemms. Was wir unter Homosexualität verstehen, ist nichts Natürliches oder Ursprüngliches, sondern eine im 19. Jahrhundert erfundene psychopolizeiliche Kategorie. Eine Kategorie, die dazu dient, die Vieldeutigkeit des Begehrens zu vereindeutigen, das Nicht-Klassifizierbare zu klassifizieren, sie einzuhegen und beherrschbar zu machen. Die theoretische Nähe zum wie Ockern-Gemm damals an der Universität von Vincennes unterrichtenden Michel Foucault ist offenkundig. Die beiden wesentlichen theoretischen Positionen aber, von denen Ockern-Gemms Theorie des homosexuellen Begehrens ausgeht und die sich schon in dieser einleitenden Passage recht deutlich erkennen lassen, sind einerseits die freudsche Psychoanalyse und andererseits der erst kurz zuvor erschienene Anti-Oedipus von Gilles Deleuze und Félix Gattari, die ebenfalls in Vincennes lernten. Die bahnbrechende Entdeckung Freuds ist für Ockern-Gemm die nicht-normative Bestimmung des Begehrens. Wie Freud geht auch Ockern-Gemm davon aus, dass am Ausgangspunkt der Sexualitätsentwicklung weder sexuales Ziel noch sexuales Objekt a priori feststehen, sondern es eine Vielzahl Verlust- und Befriedigungsmöglichkeiten gibt, also auch außerhalb der als Norm gesetzten Heterosexualität. Freud bezeichnet dies als polymorph-pervers und in genau diesem Sinne bezeichnet Ockern-Gemm das Begehren als ununterbrochenen und vieldeutigen Strom. Ockern-Gemm nimmt Freuds Entdeckung eines universellen Begehrens, das keine feste Objektwahl kennt, allerdings ernster als dieser selbst. Feste oder fixierte Sexualitäten kann es für ihn nicht geben. Zitat Ockern-Gemm, Heterosexualität und Homosexualität sind die prekären Ausdrucksformen eines Begehrens, das keinen Namen hat. Wenn die Unterscheidung zwischen Biologie und Psychologie dabei hinfällig wird, so deshalb, weil das Begehren noch jene Trennung zwischen Körper und Geist ignoriert, die den Begriff der Persönlichkeit stiftet. Mit anderen Worten, das Begehren ist zu Beginn ein universell verbreitetes Ganzes, ein Ensemble aus verschiedenen nicht-exklusiven Trieben, aus Erotismen, die auf koexistierenden Organverkoppelungen beruhen, kombiniert nach dem Muster Sowohl-als-Auch, nicht nach dem Muster Entweder-Oder. Aber zurück zu Freud, dessen revolutionäre These vom polymorph-perversen Begehren Ockern-Gemms Ausgangspunkt bildet. Ockern-Gemm betont, Freud selbst sei vor dem revolutionären Potential seiner Entdeckung zurückgeschreckt und habe sie schnell wieder ins Dunkel verbannen wollen, indem er sie in das Oedipale-Dreieck, also Kind, Vater, Mutter, einordnete. Freud nimmt nämlich an, dass die Einschränkung des Polymorphismus, also die entweder homo- oder heterosexuelle Fixierung der Objektwahl, Bestandteil einer gesunden beziehungsweise reifen psychosexuellen Entwicklung sei. Diese Abwehr beziehungsweise Zurücknahme der eigenen Erkenntnis durch die Psychoanalyse beschreibt Ockern-Gemm wie folgt. Das Begehren hat als autonome und polymorphe Kraft zu verschwinden. Es darf für die Institution Psychoanalyse nur als Mangel bestehen. Stets muss das Begehren etwas bedeuten, sich auf ein Objekt beziehen, das seinen Sinn in der ödipalen Triangulierung erhält. Und genau so nimmt die nachfreudsche Psychoanalyse ihren Platz als Institution der bürgerlichen Gesellschaft zur Kontrolle der Libido ein. Die Homosexualität wird folglich durch ihren Mangel definiert. Sie ist nicht mehr eine der zufälligen Festlegungen eines vieldeutigen Begehrens, sondern wird als Hass auf die Frau als das einzige gesellschaftlich anerkannte Sexualobjekt dargestellt. Die Heterosexualität ist vollständig, im Gegensatz zu einer Homosexualität, die das wichtigste Objekt des Begehrens verfehlt. Das Begehren als Produktion wird ersetzt durch die Sexualität als Reproduktion, die Familie. Mithin ist die Frau, die als solche ansonsten keinen Platz in der Gesellschaft hat, das erklärtermaßen einzige gesellschaftliche Sexualobjekt und damit zugleich auch der Mangel, welcher der homosexuellen Beziehung zugeschrieben wird. Diese ist nun nicht mehr ein mit der Heterosexualität koexistierender Teilausdruck des Begehrens, sondern ist die Beziehung, welche die Reproduktion verfehlt. Das Einhegen der autonomen und polymorphen Kraft des Begehrens ins ödipale Dreieck der Familie lässt Homosexualität schließlich nur noch als mangelhafte Entwicklung, als Neurose erscheinen, die entweder geheilt oder aber als Perversion toleriert werden könne. In beiden Fällen ist aus dem fluiden und polymorphen Libido-Verhältnis, dem Begehren, eine feste Identität geworden, bei gleichgeschlechtlicher Objektwahl eben die Homosexualität. Die Konstruktion oder vielmehr Erfindung der Homosexualität als fixierte Identitätskategorie verhält sich zum Begehren aber repressiv und normierend, denn sie dekretiert, dass die Objektwahl unveränderlich, exklusiv, also entweder homo oder heterosexuell, und Teil des Wesens eines Individuums sei. Die Abwertung und Verfolgung von Homosexualität, die sich sowohl in offener Repression als auch in vermeintlich liberaler Duldung ausdrücken kann, analysiert Ock und Gemm als paranoide Verfolgungssucht, deren Ursprung die Angst des heterosexuellen Mannes vor dem eigenen homosexuellen Begehren sei. Schwulenvölklichkeit ist für ihn so Ausdruck der Herrschaft des Mannes. Ausdruck der patriarchalen und wie er in Anlehnung an den Sprachgebrauch der radikalen Feministinnen schreibt, phallokratischen Gesellschaft. Zur gesellschaftlichen Rolle des Phallos notiert Ock und Gemm, In der Welt der ödipalisierten Sexualität gibt es keine freien Verkoppelungen der Organe untereinander mehr, keine unmittelbaren Lustverhältnisse. Es gibt nur noch ein Organ, ein einziges Geschlechtsorgan, das im Mittelpunkt der ödipalen Triangulierung steht, als das eine, das den drei Elementen des Dreiecks ihren Platz zuweist. Es konstruiert den Mangel, es ist der despotische Signifikant, im Hinblick auf den die Situationen der ganzen Personen sich herausbilden. Es ist jenes abgelöste, vollständige Objekt, das in der Sexualität unserer Gesellschaft dieselbe Rolle, wie das Geld in der kapitalistischen Ökonomie spielt, der Fetisch, die wirkliche allgemeine Referenz des Handelns, im einen Falle des Ökonomischen und im anderen des Begehrenden. Im Hinblick auf ihn verteilen sich Abwesenheit und Anwesenheit, Penisneid beim kleinen Mädchen und Kastrationsangst beim kleinen Jungen. Das Geschlecht ist für jeden zunächst einmal ein Wort zur Bezeichnung des Phallus. Diese Gesellschaft ist phallisch und im Verhältnis zum Phallus bestimmt sich die Quantität der möglichen Lust. Die sexuellen Handlungen orientieren sich an einem Ziel, das ihnen ihren Sinn verleiht. Sie gliedern sich in vorbereitende Zärtlichkeiten, die sich schließlich alle auf die notwendige Ejakulation ausrichten, den Prüfstein der Lust. Der Phallus zieht die Libidoenergie auf sich, wie das Geld die Arbeit. Die Gesellschaft ist so sehr phallisch, dass der Geschlechtsakt ohne Ejakulation als Versagen erlebt wird. Was kümmert es schließlich den Mann, wenn die Frau, wie es oft geschieht, gefühllos bleibt und überhaupt keine Lust empfindet. Die phallische Lust ist die raison d'etre der Heterosexualität, und zwar für beide Geschlechter. Die Gesellschaft ist phallokratisch, da alle gesellschaftlichen Beziehungen nach Art jener Hierarchie aufgebaut sind, in welcher sich die Transzendenz des großen Signifikanten ausdrückt. Der Schulmeister, der General, der Büroleiter, sie alle sind der Vater-Phallus, denn alles ist nach der Art jener Pyramide organisiert, in welcher der ödipale Signifikant die Ebenen und die Identifikationen verteilt. Der Körper ist auf den Phallus ausgerichtet, wie die Gesellschaft auf den Chef. Auch diejenigen, denen der Phallus fehlt, und diejenigen, die gehorchen, gehören noch dem Reich des Phallus an. Dies ist der Triumph des Oedipus. Der zentrale Ort und mithin der materielle Niederschlag dieses Triumphs des Oedipus ist Ockengem zur Folge die heterosexuelle Familie. Und zugleich ist die Familie der Ort, an dem die Zwänge der bürgerlichen Sexual- und Eigentumsordnung reproduziert werden. Zwar sei Sexualität schon längst außerhalb der Ehe und ohne das Ziel einer Familiengründung möglich, aber das dadurch potenziell frei werdende Begieren werde direkt wieder eingehegt und kontrollierbar gemacht. Zitat Ockengem Die Familie steckt immer weniger in den Institutionen und immer mehr in den Köpfen. Die Familie ist der Ort der legalen sexuellen Lust, allerdings nicht mehr in jenem Sinne, dass jeder heiratet, um gesetzeskonform zu genießen. Die faktische Auflösung der Familienfunktionen durch den Kapitalismus hat die Exklusivitätsfunktion der reproduktiven Heterosexualität keineswegs abgeschafft, sondern hat aus ihr die von jedem Individuum der freien Konkurrenz gestützte Norm gemacht. Das Individuum ersetzt die Familie nicht, sondern setzt ihr kleines Spiel weiter fort. Hier löst sich die Scheinantinomie einer Gesellschaft auf, die als zunehmend sexualisiert gilt und doch auf intimere Weise als jede andere Gesellschaft repressiv ist. Der Kapitalismus macht seine Homosexuellen zu misslungenen Normalen, ganz wie er seine Arbeiter zu falschen Bourgeois macht. Mehr als alle anderen bekunden die falschen Bourgeois die Werte der Bourgeoisie, so in der proletarischen Familie, und die misslungenen Normalen betonen die Normalität und übernehmen ihre Werte für sich, Treue, Liebesverhalten etc. Die reproduktive Sexualität ist zugleich auch die Reproduktion des Oedipus. Die familiale Heterosexualität garantiert nicht bloß die Produktion von Kindern, sondern auch und vor allem die Reproduktion des Oedipus. Ockengams Text bewegt sich, wie auch in dieser Passage, immer wieder hin und her zwischen den Sphären der Ökonomie und der Sexualität. Beides ist für ihn aufs engste miteinander verbunden. Das homosexuelle Begehren erweise sich gerade deshalb als der Schrecken der Familie und des Kapitalismus, weil es sich produziert, ohne sich zu reproduzieren. Homosexuelle Produktion verlaufe in der Art des unbegrenzten Horizontalverhältnisses, heterosexuelle Reproduktion dagegen in der Art der hierarchischen Abfolge, der Nachkommenschaft, des Eigentums und so weiter. Die Form Familie gewährleistet als wesentlicher Stützpfeiler der Oedipalen Zwangsheterosexualität auch die gesellschaftlichen Besitz- und Eigentumsverhältnisse und damit auch das Konkurrenzprinzip. Dazu erneut Ockengam. Wir leben in einer Konkurrenzgesellschaft, einer Gesellschaft der Konkurrenz unter Männern, unter Phallusträgern. Nachdem der Anus aus dem gesellschaftlichen Leben hinausgedrängt worden ist, organisiert sich unter den von der bürgerlichen Gesellschaft produzierten Individuen alles anhand des Phallusbesitzes, der Inbesitznahme des Phallus der Anderen oder der Furcht vor dem Verlust des Eigenen. Nur durch die Anerkennung seitens der Anderen ist man ein Phallusbesitzer. Man ist ständig in seinem Phallus bedroht, das heißt, es droht ständig die Gefahr, dass einem der hart erkämpfte Phallus wiedergenommen wird. Niemand droht euch, euren Anus wegzunehmen. Eher besteht die Gefahr, dass ich herausstellen könnte, dass ihr überhaupt einen habt und dass er benutzt werden könnte. Die Angst kommt daher, dass die Enthüllung, dass man auch ein Anus ist, unsere phallische Existenz infrage zu stellen scheint. Der Mann, das heißt der Phallusträger, hat Beziehungen zu anderen Männern nur unter der Herrschaft der Konkurrenz um das einzig mögliche Objekt seines sexuellen Handelns, nämlich die Frau. Die Konkurrenz beginnt in der Familie mit dem Vater und den Brüdern. Sie setzt sich fort im gesamten Gesellschaftsprozess, mit dem Aufstieg in der Hierarchie. Besitzen oder nicht besitzen, eine Frau besitzen oder sie nicht besitzen, das ist die Frage, die uns unsere Umwelt stellt, die offensichtliche Frage, die die Begehrensproduktion verschleiert. Die Besitz- und Eigentumsverhältnisse installieren das System der Eifersucht als der verallgemeinerten Paranoia unserer Gesellschaft. Ist der Phallus wesentlich gesellschaftlich, so ist der Anus wesentlich privat. Die psychoanalytische Geschichte, und man kann sich nicht enthalten in psychoanalytisch das Wort anal zu entdecken, nimmt an, dass die anale Phase überwunden werden muss, um zur Genitalphase zu gelangen. Die anale Phase ist die, in der sich die Persönlichkeit herausbildet, erklärt Freud. Der Anus erfüllt keine gesellschaftliche Begehrensfunktion mehr, da alle seine Funktionen nur noch exkrementeller, also vor allem privater Art sind. Die Herausbildung der Privatpersonen als individuell und schamhaft ist anal, die Herausbildung der öffentlichen Person dagegen fallisch. Alle Männer haben einen Phallus, der ihnen eine gesellschaftliche Rolle sichert. Jeder Mensch hat einen Anus, ganz für sich im tiefsten Inneren seiner Person verborgen. Mit der Kanalisierung des Begehrens im Oedipus und der damit einhergehenden Aufteilung in Heterosexualität und Abweichen des Sexualitäten ist ein zentraler Mechanismus der Integration des Begehrens in die bürgerlich-kapitalistische Gesellschaft angesprochen. Diese Gesellschaft ist Okon-Gem zufolge gerade deswegen phallokratisch organisiert, weil das Begehren ausnahmslos in Bezug zum Phallus gesetzt und alle nicht-phallische Sexualität, insbesondere die Annale, unterdrückt oder verdrängt werde. Dem Phallus, der den Anus zwanghaft verdrängt und privatisiert, müsste daher dessen Öffentlichmachung entgegengesetzt werden. Okon-Gem bezeichnet diesen Prozess als Gruppalisierung. Das auf den Anus gerichtete Begehren, das eng mit dem homosexuellen Begehren zusammenhängt, konstituiert eine Art von Beziehungen, die wir in Opposition zur gewohnten sozialen Art als gruppale Art von Beziehungen bezeichnen. Der Anus unterliegt der Bewegung der Privatisierung. Die Öffentlichmachung oder genauer die begehrende Gruppalisierung des Anus hingegen bewirkt gleichzeitig die Auflösung der sublimierenden Phallus-Hierarchie und den Zusammenbruch des Double-Bind-Individuum-Gesellschaft. Von Homosexualität als einem individuellen Problem, als dem individuellen Problem schlechthin zu sprechen, ist ein sicheres Mittel, sie dem Oedipus zu unterwerfen. Das homosexuelle Begehren ist ein Gruppenbegehren. Es gruppalisiert den Anus, indem es seine Funktionen als begehrendes Verbindungsglied wiederherstellt, indem es ihn wieder kollektiv besetzt, gegen eine Gesellschaft, die ihn auf ein schambesetztes kleines Geheimnis reduziert hat. Im gruppalen Sinne ist der Anus der Anulus, der Ring, der offen ist für die Unbegrenztheit der in alle Richtungen und ohne zugewiesenen platzmöglichen Verkoppelungen. Das Gruppale des Anulus bringt das Soziale der phallischen Hierarchie, das Kartenhaus des Imaginären zum Einsturz. Von der Öffentlichmachung des Anus erhofft Ock und Gem sich eine Entsublimierung des Begehrens, die die Ordnung des Phallus angreift. Und so erhalten für ihn homosexuelle Sexualpraktiken und Beziehungsformen ein revolutionäres Potenzial. Vor allem die Promiskuität und das Cruising, die Suche nach Sexualpartnern im öffentlichen Raum, auf die dann meist spontaner, anonymer Sex folgt, sieht er als Gegenmodelle zum bürgerlichen Verständnis von Liebe und Partnerschaft. Dezentrierung, Zerstreuung und Vielfalt des Begehrens anstelle von Stabilität, Treue und Exklusivität. Es heißt im Allgemeinen, dass die sogenannte homosexuelle Dispersion, der Umstand, dass die Homosexuellen ihre Liebesbeziehungen, von denen jede Einzelne nur einen Moment andauert, vervielfachen, eine grundlegende Instabilität der homosexuellen Situation ausdrückt, eine durch all diese kurzen, als unbefriedigend betrachteten Liebschaften hindurch angestellte Suche nach der einen erträumten Person. Auf der Ebene dessen, was die Schwulen selbst meinen oder in sich selbst zu entdecken glauben, wird das homosexuelle Cruisen wahrscheinlich wirklich so erlebt. Doch anstatt diese Dispersion der Liebesenergie als Unfähigkeit zur Orientierung auf ein Zentrum zu interpretieren, lässt sich darin das System der nicht exklusiven Verkoppelungen des vielschichtigen Begehrens in aktu erblicken. Die homosexuelle Lage wird als unglücklich erfahren, weil man ihre maschinelle Dispersion in Begriffen des Mangels und der Substitution deutet. Es kann im Gegenteil so scheinen, als komme die enorme Überlegenheit der homosexuellen Liebschaften genau daher, dass alles jederzeit möglich ist, dass die Organe sich suchen und verkoppeln, ohne das Gesetz der exklusiven Disjunktion zu kennen. Diese Idealisierung homosexueller Subkultur, die Annahme einer enormen Überlegenheit der homosexuellen Liebschaften, hat Okon Gemm viel Kritik eingebracht und das sicher nicht zu Unrecht. Martin Dagnicker, Co-Autor des Off-Kommentars zu Rosa von Braunheims Film Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt, kritisierte Okon Gemm 1978 in seinem Buch Der Homosexuelle und die Homosexualität scharf. Er warf Okon Gemm vor, die gesellschaftliche Abwertung schwuler Beziehungs- und Begehrensformen einfach umzukehren. Dadurch schmälere er das Elend der Homosexuellen und werde zum Apologeten der blinden Mechanismen der homosexuellen Subkultur, deren Zwänge er undurchschaut feiere, und schließlich zum Lobsänger eines typisch männlichen Umgangs mit der Sexualität. Mag Dagnickers Kritik auch etwas treffen. Trotz Okon Gems eindeutigen, manchmal auch einseitigen Fokus auf männliche Homosexualität und seiner Vernachlässigung weiblicher beziehungsweise lesbischer Perspektiven, macht er unmissverständlich deutlich, dass er diese Beschränkung gleichzeitig transzendieren will. So schreibt er etwa, Den Unterschied der Geschlechter vergessen, das ist die Befreiung des Begehrens beziehungsweise der Kampf darum. Ausgehend von der Politisierung der Sexualität und der Sexualisierung der Politik betont Okon Gems gerade die Ungebundenheit des Begehrens, dass andere horizontale, nämlich nicht-fallische Beziehungsweisen ermöglichen könne. Er fordert daher, dass die Homosexuellen nicht nur um gleiche Recht und Anerkennung kämpfen müssen, sondern auch um die grundlegende Überwindung der bestehenden Sexualordnung. Es gehe darum, die Idee einer Opposition zweier klar begrenzter Geschlechter in Frage zu stellen. Alle imaginären Gegensätze und falschen Alternativen, wie privat-öffentlich, Individuum-Gesellschaft, weiblich-männlich und so weiter, sollen aufgelöst werden. Damit, und so kommen wir zum Schluss, ist auch schon die Relevanz und Aktualität des Textes angedeutet. Okon Gems Text will, wie hoffentlich deutlich geworden ist, nichts Geringeres als, um es mit Binia Dantschup zu sagen, die Revolution der Beziehungsweisen, das Ende der sexuellen Norm überhaupt, das Verschwinden der Kategorien Homo- und Heterosexualität mithin der Geschlechterbinarität. Im letzten Teil seines Buchs, das dem homosexuellen Kampf gewidmet ist, formuliert er denn auch Grundsätze einer homosexuellen Bewegung, die diese Ziele erreichen will. Was wir hier mit homosexuellem Kampf meinen, ist etwas grundlegend anderes. Es geht nicht mehr um eine Rechtfertigung oder Apologie oder gar um einen Versuch zur besseren Integration der Homosexualität in die Gesellschaft. Homosexueller Kampf, nicht Kampf für die Homosexualität. Wir müssen den Traum einer Versöhnung zwischen den offiziellen Hütern der Revolution und dem Ausdruck des Begehrens aufgeben. Was wir brauchen, ist nicht nur ein neues Revolutionsmodell, sondern eine radikale Infragestellung der Inhalte, die traditionell mit dem Begriff der Revolution verbunden werden, insbesondere der Vorstellung einer Machtübernahme. Hier ist es den homosexuellen Bewegungen gemeinsam mit anderen gelungen, einen Bruch aufzureißen, durch den schlagartig deutlich geworden ist, wie reaktionär die Erwartung eines Umsturzes ist, der von einem virilen, raubeinigen, breitschultrigen Proletariat herbeigeführt werden soll. Die revolutionäre Tradition erhält die Trennung zwischen dem Öffentlichen und dem Privaten als eine Selbstverständlichkeit aufrecht. Kennzeichen der homosexuellen Intervention ist dagegen, dass sie das Private, das schambesetzte kleine Geheimnis der Sexualität in die Öffentlichkeit, in die gesellschaftliche Organisation eingreifen lässt. Doch wieso die Homosexualität? Wozu sich ausgerechnet dieser partikularen Kategorie dieser künstlichen Unterabteilung des Begehrens verschreiben? Prinzipielle Positionen sind hier nicht hinreichend. Es ist festzuhalten, dass im homosexuellen Protest sehr oft der ganze Protest gegen die ödipalen Unterteilungen überhaupt zum Vorschein kommt. Dass mit den homosexuellen Bewegungen die sexuellen Probleme der Menschen insgesamt zum Vorschein gekommen sind. Der unter den Frauen bereits seit längerer Zeit artikulierte Protest hat seine Entsprechung unter den Männern erstmals in dieser besonderen Form gefunden. Die zum Beispiel vom Pfarr behandelten Themen drehen sich um die Kritik der Normalität in ihrer Gesamtheit. Im Übrigen wäre es absurd, wollte man den Polymorphismus des Begehrens dadurch zurückgewinnen, dass man die verschiedenen Formen der ödipalen Sexualität zueinander addierte, dass man also die Homosexualität durch die Heterosexualität vervollständigte. Diese Formen sind ja in sich selbst willkürliche Unterteilungen. Der Unterschied zwischen Mann und Frau ist selbst bereits eines der Grundelemente des familial-ödipalen Systems. Die familiale Heterosexualität beherrscht die gesamte zivilisierte Sexualität. Und so ist der Durchgang durch sie gewiss keine Befreiung. Zwischen dem, wovon die homosexuellen Bewegungen sprechen, und der herrschenden Form von Sexualität ist keinerlei Symmetrie möglich. Mit anderen Worten, wenn es Bisexualität geben soll oder vielmehr, denn warum die Beschränkung auf zwei, das Ende der sexuellen Norm überhaupt, so nur im Durchgang durch den konkreten Auflösungsprozess, den die homosexuellen Bewegungen begonnen haben. Die in das homosexuelle Begehren formulierte Kritik einer sich lediglich auf Anerkennungskämpfe fokussierenden Identitätspolitik, seine strikte Weigerung, sexuelles Begehren in Identitäten fixiert zu sehen, sowie seine weder nur auf Anpassung und Akzeptanz noch bloß auf Differenz und Abkapselung abzählende Kritik, machen Ockongem, wie wir in unserem Nachwort betonen, zu einem Queer-Theoretiker avant la lettre. Ockongems radikale Unversöhnlichkeit mit der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft und ihrer Sexualordnung, sein unbedingter Wunsch nach grundlegender Veränderungen und die Hoffnung auf die Befreiung der Sexualität aller, machen sein Werk aus unserer Sicht so bemerkenswert. Er hat dabei eine Revolution der Kultur, des Alltagslebens im Sinne, die die Gesellschaft so transformiert, dass die gesellschaftlich produzierten Kategorien homo- und heterosexuell verschwinden, eine Gesellschaft also, in der Objektwahl keine Rolle mehr spielt, in der alle ohne Angst verschieden lieben und begehren können. In seiner leidenschaftlichen Haltung zum Gegenstand der Kritik findet sich strategische Identitätspolitik mit radikaler Gesellschaftskritik, unversöhnlichem Stil und anti-identitärem Denken in beinahe unvergleichlicher Weise verbunden. So ließe sich auch in heutige Queer-Debatten eingreifen. Ockongem zeigt, dass der normierende und pathologisierende Diskurs der institutionalisierten Psychoanalyse selbst Ausdruck der herrschenden Verhältnisse ist und dass die Psychoanalyse mit ihren eigenen Erkenntnissen immanent also kritisiert werden kann. Mit ihm ließe sich auch ein alternatives Identitätsverständnis entwickeln, das stärker darauf setzt, Politik, Körperlichkeit und Perversität zu verknüpfen. So ließe sich eine strikte Feindschaft gegen Identitäten und ihre Zumutungen pflegen, ohne dass das wiederum bedeuten muss, auf strategische oder sinnvolle Identitätspolitik zu verzichten. Was er allerdings auch zeigt, ist eine tiefe, jedoch nicht zynisch gewordene Enttäuschung angesichts der ausgebliebenen Revolution 1968. Diese Enttäuschung, die wie Ockongem selbst heutzutage zunehmend in Vergessenheit geraten ist, wäre aufzunehmen, um für das Uneingelöste, um das es auch Ockongem ging, zu streiten. Die Ockongems, das homosexuelle Begehren wurde von uns, Lukas Betzler und Hauke Branding, herausgegeben und ist in der Flugschriftenreihe der Edition Nautilus in Hamburg erschienen. Es umfasst 200 Seiten und kostet 18 Euro.